hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge gerechte ich hör mal wieder hämmert nein ausflipper guck mal wie schön meine nachbarschaft ist und wie schön mein haus ist wer die letzte folge verpasst hat ich habe ja mein haus komplett umgestrichen das ist jetzt von außen beige nicht mehr blau und mein pool war ein wunderschöner pool ja ich habe noch dieses kleine hütchen aber es reicht auch wir gehen mal rin sehr schön ist es ja hier kompakt richtig wenn gamer wenn man mehr platz will macht man das bett hoch bang passt hier richtig geiler gamer stuhl nicht geiler high tech apple gaming pad mein bad ist auch wunderschön ich fand die lampe irgendwie richtig geil ich weiß nicht warum genau wenn ich drin bin was für ein geiler bug habe ich die lampe auch noch zweimal das ist klein aber fein mehr brauchst du als mann nicht ne okay das war jetzt so oberflächlich oder als gamer nicht reicht doch okay wir gehen mal computer gucken was für aufträge gibt äh mails wir haben sehr viele mails ach komm ohne ohne zu fackeln wir machen das so wir sind da du musst noch 68 prozent fortschritt erreichen ach du musst nur okay wie gut dass wir nur das bad machen okay man natürlich die türen und zu okay wie war das noch mal ja flur zerstöre die wände wie soll ich denn das ganze hier streichen ich dachte nur wo ist der abstellraum ich muss sagen die haben sehr viele dass der abstellraum etwas sagst du mir okay also hier soll ich ein paar draus machen an die wand fließen ich dachte schon boden fließen kann ich hier nach boden machen muss ja bei mir noch den boden machen okay heißt aber in einem anderen fall muss ich auch alles raus kann ich das verkaufen aber wie war das nochmal ja kann ich okay okay wir sollen die wand wand fließen machen wir sollen das hier kommt die dusche hin richtig ja nee okay dann bleibt der heizkörper hier die toilette waschbecken okay gut ich glaube ich habe es kapiert ich hätte beinahe was verkauft was ich nicht soll ähm ich weiß gar nicht ob das überhaupt geht okay ähm hä jetzt bin ich geistig verwirrt okay oh guck mal guck mal ja 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 geil aber warum habe ich jetzt die wand finger und kann sie nicht nutzen oder kann ich die jetzt erst nehmen die sind doch für die wand äh das verstehe ich gerade nicht das mache ich gerade verkehrt aber kann ich jetzt auch bei mir die bürden machen je nach warte mal wir verkaufen das mal ich habe hier keine ahnung welche tue natürlich mit verlust okay ich habe jetzt ähm warte tablet ich habe den boden gefließt wand fließen legen wand fließen aus keramik great great ähm ich würde mal sagen gegenstand kaufen spiegel ich sage mal wir machen erstmal die dusche das war abgebildet scheiße warte mal äh abgebildet ist die ist eigentlich egal ne boah ich würde eine ecklosch einbohren aber eigentlich ja ja der kunde hat ein schönes haus ne ne das ding hat nicht leds oder das ding hat leds okay das passt nur einmal dann montieren wir das ding erstmal okay die stoppen jetzt mal abdrehen das war nicht wir montieren einfach alles uh was habe ich da ausgesucht oh mein gott ja ich bin ehrlich mir gefällt es okay es hat keinen boden ablauf sehe ich gerade ne sehr schön ey passt doch gerade sehr gut zur tür ich habe aber die farben gar nicht ausgesucht wirklich leds oh ist das geil okay ja nur mit der toilette karo hm hm warum ist die so günstig hier weil sie scheiße aussieht okay ach komm wir machen mal das ding hier rein grau ne ja weil das war weiß blau marmor oh ne 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 ähm ich habe wirklich spielraum ich habe wirklich spielraum die tür muss ja noch du kannst die toilette kaufen und ach mit l äh l t ne l t genau also warte mal die tür geht auf äh machen wir mal hier kann jetzt sein dass die tür nicht auf geht aber das ist mir egal wir haben hier ein kleines bad und der kunde muss das jetzt nehmen wie ich es mache oh ich bin heute mal ein arschloch benutzen sehr schön jetzt holen wir doch mal ein waschbecken aber ich soll doch nicht das ganze haus streichen oder äh hm ich nehme die hier ähm was ist das ich hätte schon gerne auch grau helles grau beine würde ich sagen machen wir weiß spielbecken nee lass mir weiß das lassen wir so wir drehen erstmal die rein ne ja besser auch den fachausdruck nicht mal aber egal die verteiler hähne also so leicht wie in dem game habe ich schon mehrfach gesagt geht das leider nicht nicht es ist ein bisschen komplizierter also nicht die arbeit an sich sondern das drankommen das montieren der ziffern ist auch dran sehr schön dann drehen wir mal auf kalt warm andersrum genau boah boah ist das geil alter das feiere ich gerade das feiere ich gerade hier schön überall blaue leds ah nicht die gleiche farbe was muss ich hier noch machen eigentlich bin ich hier fertig oder aber jetzt will ich noch wand fließen mal aber es ging eben nicht achso einen spiegel muss ich noch kaufen ähm den würde ich trotz allen weiß lassen oder helles grau das ist ja schwarz ja spiegel heißt die farbe sehr schön ja so ne ja stieg mal man raus aus dem menü ne okay jetzt fehlt eigentlich noch das hier aber ich kann es ja nicht machen kann es doch nicht machen oder mich da noch eine fertigkeit erlernen ähm ähm warum mich nervt ich will aus dem menü raus ach das der spachtel kann ich doch schon ah jetzt die frage wie ist denn das gemeint ne jetzt kann die dusche weg sein ich würde mir das sogar eigentlich in der dusche vorstellen warte mal dass wir das hier in der dusche machen das andere außerhalb nicht wirklich nicht mal in der okay pass auf also eigentlich gefällt mir das gar nicht wir machen jetzt aber mal es gefällt mir gar nicht weil das ist ja die gleiche fliese wie der boden und ich darf die farbe ändern ja ich habe zu viel eingekauft ich weiß zum glück kann ich da drüber gehen weil ich finde die eigentlich schöner als die großen deswegen machen wir das in der duschkabine wegen besser ablauf ne und den rest machen wir so weil keiner sagt wo und wie und ich habe es natürlich nicht gelesen weil wenn ich jetzt eigentlich theoretisch noch das ganze fahrt verfließ also ne hier müssen wir euch mal nicht so lange gebe ich noch alles tabizieren einen stapel haben wir noch das könnte naja es reicht nicht naja wenn ich muss gleich noch was nachkaufen warum nicht was soll's ich mag hausflipper kann man so ein bisschen entspannen und abschalten weil so schön und einfach arbeitet man echt nicht naja das reicht nicht das reicht nicht oder oder das könnte reichen ne warte mal vielleicht jetzt mal gespannt ob die aufgabe erfüllt ist boah habe ich das gut abgemessen ne haben wir es geschafft was sagt das tablet ja wir sind fertig aber ich bin nicht fertig ich muss wirklich streichen ja mich verarscht nein achso ok dann machen wir es mal so weil ich jetzt nicht richtig gelesen habe und mich verarscht fühle ich werde jetzt alles streichen entweder mache ich das im schnelldurchlauf oder ich cutte jetzt und wir sehen uns dann am ende wieder als normal im na Woah ein nie nicht gehen die gut also ich habe glaube ich ist alle zimmer gestrichen so dass irgendein grund noch wände also haben wir seit wieder bei mir wir machen kurz break ich habe alles gestrichen ich muss eigentlich nur noch wände zerstören warum auch immer ich bin jetzt in dem flur und sollte zehn wände zerstört da brauche ich natürlich den hier und eigentlich wird mir das angezeigt welche ich zerstören okay sagen wir mal so viel ich habe alles gestrichen ich habe wände zerstört die ich nicht zerstören sollte das sind die die jetzt weiß sind und irgendwie habe ich keine positiven punkte bekommen außer ich hier neu fließen musste ich habe keine angaben über 70 prozent erfüllt ich weiß nicht welche wände ich zerstören soll ich sollte irgendwie neu anorten es geht aber irgendwie nicht ich raffe es nicht das war's würde ich sagen wir gehen jetzt mal nach hause ja nur letztlich kohle sehr schöne sache ja so ich bin ein bisschen geistig verwirrt warum ist das wieder oben weil ich ja ich und die wände nicht richtig einreißen na egal das war's mit dem video ich wünsche einen schönen tage guten morgen noch besser haben ich bin hier mit raus ´s